Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, wunderbares Leben. Ich bin Silja, dies ist Folge 284 und es wird um Schwung, Liebe und Leichtigkeit gehen. Dies ist die Folge nach meiner Pause. Ich habe eine kleine Pause gemacht und war in Urlaub und war in ganz anderen Welten unterwegs. Davon berichte ich nachher ein bisschen, habe in tollen Büchern geschmökert, davon berichte ich auch und komme mit meinen paar Erkenntnissen wieder, die mir guttun werden, heute zu wiederholen und laut auszusprechen und dir hoffentlich auch ein gutes Gefühl geben werden. Und vielleicht magst du mit mir zusammen einen tiefen Atemzug nehmen und für einen Moment wertschätzen, dass wir hier sind zusammen, dass ich was sprechen darf und du mir zuhörst, ist ein großes Privileg für mich und dass du hoffentlich den besten Tag gerade hast oder zumindest einen guten Moment. Und dass du hier zuhörst bedeutet, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass du deine Schritte gehst. Und es wird wahrscheinlich genau wie bei mir nicht immer leicht sein und du wirst mit dir hadern und das Gefühl haben, du kommst nicht von der Stelle. Aber ich hoffe, die Podcast-Folge heute gibt dir ein bisschen Schwung und Liebe und Leichtigkeit. Und diese Folge wird ein wenig dich mitnehmen in meinen Urlaub, aber vor allen Dingen in meine Gedankenwelt und hat ein paar Fragen für dich bereit. Und wenn du Lust hast, kannst du einfach zwischendurch pausieren und die Fragen für dich beantworten und dann weiterhören, sodass der Podcast dich in die Reflexion mitnimmt. Oder vielleicht hast du auch einfach Lust, gerade zu spazieren oder zu liegen oder was immer du machst und durchzuhören. Beides geht, alles geht. Okay, Urlaub. Ich habe lange keinen Urlaub mehr gemacht, so richtig. Ich habe dieses Mal meinen Laptop nicht mitgemacht. Ich habe keine Dinge für mein Team gemacht. Ich bin ja nicht nur Podcasterin und Autorin. Das dritte Buch wird jetzt endlich weiter geschrieben oder richtig begonnen. Es sind nur die ersten zwei Seiten bisher geschrieben worden. Sondern ich führe auch ein großes Dutera-Team in dem Podcast Zurück zur Natur, richtig ein bisschen ungefiltert von dieser Leidenschaft. Und Werbung wegen Namensnennung wahrscheinlich. Aber normalerweise in Urlauben war ich dennoch immer für mein Team da. Aber diesmal hatte ich eine tolle Vertretung. Die wunderbare Julia Buhr hat mich vertreten und Sachen geteilt. Und ich bin da super dankbar für. Weil manchmal brauchen wir ein Zurücktreten von dem, was wir tun, gerade wenn unsere Leben voll sind. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich privilegiert bin, dass das so gut ging. Und ich bin auch privilegiert ein bisschen, weil meine Kinder schon größer sind. So sehr ich diese süßen Jahre, als die Kleinen waren, geliebt habe, weiß ich doch zu schätzen, dass ich jetzt wieder mehr Zeit für mich habe. Und ein bisschen mehr Raum auch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt vor dem Urlaub, dass ich manchmal, ich glaube, ich kenne mich mittlerweile schon ganz gut nach all diesen jetzt schon fast 25 Jahren Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung und all dem ganzen Gedöns, liebevoll gemeint, nicht despektierlich, habe ich dennoch gemerkt, so oh, ich weiß nicht genau, ob ich mich verrenne. Und vor allen Dingen kam so eine Frage in mir hoch von, ich weiß gar nicht, wer ich genau bin. Und habe mir vorgenommen, mich treiben zu lassen, diesen Urlaub. Ich wusste, es wird ein Roadtrip. Und normalerweise bin ich sehr sicherheitsbedacht. Das heißt, ich fahre gern dahin, wo ich Sachen schon kenne. Ich gehe gerne in Restaurants, die ich schon kenne. Und ich fahre gerne an Orte, die ich schon kenne und wo ich weiß, wo was Gutes ist. Aber ich wollte bewusst dieses ganze Jahr, es ist ein Jahr des Entdeckens und meine Komfortzone weiten. Das habe ich mir vorgenommen und das mache ich auch ganz kühn die ganze Zeit schon. Und so sind wir nach San Francisco geflogen, haben dort ein paar Tage verbracht. Wir sind mit einem Bötchen unter der Golden Gate hergefahren und um Alcatraz rum und mit Wind richtig um die Nase. Es war richtig frisch da, gar nicht so heiß wie hier in Europa oder in Duisburg zumindest manchmal. Und dann sind wir von dort weitergefahren Richtung Norden auf dem 101er Highway, also nah an der Küste durch die Redwood-Wälder. Ich habe wunderbare alte Bäume gesehen, tolle Küstenlandschaften, im Pazifik gewesen. Mein Gott, ist der kalt, ist schweinekalt. Ich dachte, wieso gehen die Leute denn nicht schwimmen? Warum haben alle ihre Pools? Jetzt ergibt die Sache viel mehr Sinn. Man rennt erst mal gefühlt, zumindest an der Stelle, wo wir waren, 130.000 Meter rein. Dann sind die Füße und Knöchel schon abgestorben, weil es wirklich eiskalt ist. Und dann springt man halt da irgendwann ins Wasser und rennt sofort wieder raus, weil es so kalt ist. Und dann sind wir weiter hochgefahren von der Küste dann irgendwann in der Höhe von Portland nach Portland rein. Portland ist eine tolle Stadt mit einem tollen Buchladen und gleichzeitig alle Großstädte so viel Armut gesehen, so oft gesehen, wie die Welten sich unterscheiden. Meine privilegierte Welt mit schönen Hotels oder auch manchmal nicht so schön, war jetzt nicht alles im Fünf-Sterne-Paradies. Ich glaube gar nicht, einmal, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall so unser gutes Leben mit, wo kriege ich denn jetzt mein Matcha her und gibt es denn hier veganes Essen und das Restaurant gefällt mir nicht, lass uns lieber dahin gehen. Und dann gehst du vorbei in anderen Straßen an Leuten, die da im Delirium liegen. auf der Straße und ihre Gesichter sind schmutzig und hoffnungslos und sie gucken weg und ich gucke weg, weil ich mich ohnmächtig fühle und beschämt, ob der Unterschiede zwischen uns. Und das war in Portland super krass. Ich habe gemerkt, wie mir das nahe geht und meiner Familie nahe geht und wie wir alle dann so unsere Krisen da hatten. Und dann sind wir weiter nach Wenku, weil da ging es dann wieder etwas leichter. Aber das hat so ein bisschen, habe ich mit nach Hause gebracht. Und zuerst zu Ende vom Urlaub. Wir sind danach in Seattle gewesen bei meiner Gastfamilie. Ich war da ja mit 16 Mal, also fast 40 Jahre her. Oh mein Gott. Im Austausch in Seattle und meine Gastfamilie. Wir haben immer noch Kontakt. Einige, die mir schon länger folgen oder hier zuhören wissen, dass meine Gastschwester, also diejenige, die ich damals besucht habe, leider verstorben ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sehr in einem kurzen, heftigen Kampf, den sie da geführt hat. Und vor ein Jahr vorher meine Gastmutter verstorben ist, auch an Krebs. Und beide Verluste haben mir zugesetzt. Ich liebe beide sehr, auch wenn wir uns so wenig gesehen haben. Und wie das so ist in der Trauer. Die Liebe weiß im Moment nicht wohin, bis wir sie neu kanalisieren lernen und die Erinnerungen in Ehren halten lernen. Auf jeden Fall habe ich die anderen beiden Geschwister von mir quasi, die Gastgeschwister, wie auch immer meine zweite Familie, nenne ich sie immer, besucht. Und wir haben so viel Spaß gehabt und gelacht und Spiele gespielt und Kanon gefahren. Wir waren auf Orcas Island, das ist so eine kleine Insel unterhalb von Vancouver Island. Und da sind auch diese tollen Wälder und Seen und der Ozean. Und ja, es war einfach toll, nochmal mit Leuten morgens zusammen Yoga zu machen. Meine beiden Schwestern sind auch Yoga begeistert und einfach zu reden über Politik und Armut. Und meine beiden, meine älteste Schwester Chris und ihre Lebenspartnerin oder ihre Frau Judy, haben auch zwei Kinder, die sind mittlerweile bei dem Ruhestand, sind über 60 und machen ganz viel Volontierarbeit, also ehrenamtliche Arbeit und haben erzählt von der Arbeit bei der Tafel, die sie machen, bei Essensausgaben. Meine mittlere Schwester macht das auch und unterrichtet Yoga im Gefängnis für weibliche Insassinnen. Und ach, sie bringen sich so sehr ein. Und ich fand das so inspirierend, ihnen zuzugucken, weil es findet ohne Publikum statt. Also beides sind jetzt nicht wie ich irgendwie auf Instagram und zeigen Sachen. Und durchaus weiß ich, dass ich das ja auch mache aus einem Sinn und nicht nur aus Eitelkeit. Durchaus auch manchmal aus Eitelkeit, das will ich wohl offen zugeben. Aber ja, es war schon irgendwie inspirierend, mit ihnen zu sprechen. Und diese ganze Reise und auch dieses Wegsein aus meinem Leben hat mir gezeigt, wie privilegiert ich bin. Und so traurig sich das jetzt anhört, es hat mir so viel Schwung gegeben, nochmal genau hinzugucken, wie will ich eigentlich leben? Und was will ich zurückhalten? Und nicht zurückhalten, schuldig was falsch, aber zurücklassen. Wenn ich mal nicht mehr bin, wofür werde ich stehen? Und ich weiß, dass hoffentlich meine Kinder mich gut erinnern werden und die Liebe erinnern werden, mit denen ich sie großziehe und versucht habe, mit ihnen alles Gute und nicht so Gute zu teilen. Meine Menschlichkeit haben sie wohl auch aushalten müssen. Und dass ich erinnert werde für vielleicht das eine oder andere, was ich geschrieben oder gesagt habe, natürlich ist mir überhaupt klar und es soll gar nicht eitel sich anhören, dass ich hier kein Gute bin und keine Kartolle. Oder, oder, oder. Aber so halt, was ich teile, hoffe ich, dass es Leuten hilft. Und ich habe aber auch Schwung bekommen für doTERRA, weil ich weiß, dass das, was ich da mache, dass da, wo die Öle angebaut werden, die Ländereien gehören nicht doTERRA, sondern sie machen ganz langfristige, gute Verträge mit den Bauern vor Ort. Und die Bauern werden überdurchschnittlich bezahlt und langfristig und ernteunabhängig teilweise. Und die Öle werden getestet, sodass sie wirklich auch wirken bei den Leuten. Und es gibt tolle Initiativen wie Healing Hands. Und ich habe gedacht, naja, ein bisschen was beteilige ich mich schon an was Größerem, was der Welt ein bisschen hilft. Und für die, die die Firma nicht kennen, vielleicht rollst du jetzt die Augen und sagst, oh mein Gott, ist die blauäugig oder so. Aber ich habe, ich war da vor Ort und habe mit Leuten gesprochen. Und Bauern und Leuten in der Distillerie. Und das hat mich sehr bestärkt. Und ich glaube, zum Thema Schwung sei das das Erste, was ich teilen will, bevor ich ein bisschen tiefer gehe in Liebe und Leichtigkeit und ein paar andere Gedanken, die ich hatte während der Reise und um die es heute vor allen Dingen geht. Aber Schwung, um das geht es auch, weil ich habe, nach zwei Wochen kriege ich immer Heimweh und dann waren wir zum Glück bei meiner Familie und ich war um liebe Menschen um mich rum. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir sowas haben, etwas, wo es uns hinzieht. Ob das unser Zuhause ist oder Menschen oder Orte oder sinnvolle Aufgaben. Ich glaube, wir merken, dass wir Schwung ist nichts, was wir uns holen. Es ist was, was wir haben und was sich stärkt, je mehr wir in Ausrichtung sind mit unserem wahren Selbst, je mehr wir uns trauen hinzugucken, wer bin ich. Und was will ich eigentlich wirklich? Was will ich eigentlich wirklich in diesem Leben? Um was geht es eigentlich? Und was ist anerzogen oder gelernt oder wo will ich etwas, weil ich glaube, dann gibt mir das Bewunderung oder gibt mir das irgendwie Frieden oder was auch immer. Aber was will ich wirklich? Wohin ruft es mein Herz? Wo bin ich aufgeregt? Der Teil von meinem ersten Buch Spiritual Leadership, da geht es ja im ganzen ersten Teil um die Mission und da sind so Fragen dazu da. Aber wenn dir gerade jetzt Schwung fehlt, wir sind ja TCM-mäßig schon im Herbst, wenn diese Folge rauskommt. Aber wenn dir der Schwung fehlt oder Melancholie hochkrabbelt, weil du den Sommer magst und die Tage schon wieder kürzer werden und du dich fragst, oh mein Gott, wieso ging das so schnell, so wie ich, denke wieder, mein Gott, wieso geht die Zeit so schnell? Oh mein Gott, wie schnell ist diese Zeit? Dann frag dich, was will ich? Eine Sache, mit der ich wiederkomme, nach all dem Elend auch, was ich gesehen habe, ist nicht nur, wie kann ich Sinnvolles tun, sondern bevor ich Sinnvolles tue oder während ich Sinnvolles tue, ist vielleicht besser gesagt, muss ich dafür sorgen, dass ich mein Leben lebe. Und das heißt nicht, dass ich Egoismus jetzt sage, hey, reiß doch alles ein, was du dir aufgebaut hast, das meine ich nicht. Aber mach, wie du deinen Kleiderschrank vielleicht hoffentlich regelmäßig ausmistest. Miste aus in deinen Gedanken, in deinen Angewohnheiten, in deinen, in deiner Tagesstruktur, in deinen Zielen. Ich glaube, fast vor allen Dingen in deinen Zielen. Ich glaube, es liegt in unserer Natur, dass wir etwas jagen. Hier zitiere ich mich selber aus meinem zweiten Buch, aber wir jagen etwas, was mal zu wenig war. Und das ist okay, weil es in unserer Natur ist. Alles, was wir zu wenig hatten, ist eine Medaille mit zwei Seiten. Einmal lässt es uns einen Hunger entwickeln, der eigentlich nicht gestillt werden kann, weil er hätte gestillt werden müssen Jahre für heute, Jahre zurückliegend. Und gleichzeitig, dieser Hunger sorgt dafür, dass wir Dinge wagen, lockt uns raus, Dinge zu tun, ist ein Motor für Lernen oder Weiterentwicklung oder überhaupt Mut, Menschen anzuquatschen oder Orte zu besuchen oder wo auch immer du mutig bist. Und es sorgt dafür, dass wir Dinge lernen und können und wirklich auch gut werden in Sachen. In meiner, wenn ich mich betrachte und wer ich bin, dann merke ich, ich bin, das war es eine Erkenntnis in diesem Urlaub. Ich bin, glaube ich, gar nicht die, die ich dachte, die ich wäre. Ich habe mich immer identifiziert mit, ja, ich bin super quirlig und super lustig und super laut und ich rede viel und so weiter. Aber je ruhiger ich werde und je mehr Gefühle ich verstehe und loslasse über vor allem die Atempraxis, aber auch Meditation oder ich habe ja auch, lass mich ja auch regelmäßig coachen, je mehr ich loslasse und in mir so ein Frieden sich ausbreitet in den letzten Jahren wie so ein weicher Teppich, umso mehr kann ich mich da reinlehnen und erkennen, wie der Unfrieden vorher oder die Unruhe vorher, die in mir geherrscht hat, all diese Dinge hat blühen lassen. Dass ich manchmal Rede und Witze mache, weil ich unsicher bin vor allen Dingen oder weil ich unbedingt gemocht werden will oder die Aufmerksamkeit möchte, weil die irgendwann mal zu wenig war oder weil ich Angst habe, dass wenn ich mich verändere und ich bin, wer ich bin, dass ich dann die Menschen nicht mehr an mich binde, die ich jetzt da habe. Aber Liebe hat ja gar nichts damit zu tun. Liebe ist ja etwas in uns, aber dazu gleich noch mehr. Vorher bleibe ich bei der Identität. Das war eine der Sachen, die mir in dem Urlaub klar geworden ist, in den verschiedenen Orten zu sehen und je mehr mein Handy weg war und meine täglichen Aufgaben weg waren und ich einfach nur darum, wir uns bemüht haben, regelmäßig zu essen und zu überlegen, was machen wir denn jetzt heute und wohin fahren wir morgen und wo müssen wir eigentlich wann sein, weil die Hotels waren ja alle schon vorgebucht und die Unterkünfte, habe ich gemerkt, dass zwei Sachen mich so richtig rühren. Also wirklich zu Tränen, wenn ich jetzt daran denke, wäre ich schon wieder ganz, oh Gott, ich werde immer emotionaler bei diesem Podcast-Folge, oh mein Gott. Wir waren irgendwann, waren wir in den Redwood-Wäldern, im Redwood National Park. Der liegt in der Nähe von Eureka und Trinidad, da in der Ecke, an der Westküste von Amerika, oberhalb von San Francisco. Und wir hatten, und wir waren unsicher, wir sind nicht die Riesenwandersleute, mein Mann und ich. Und wir haben dann gedacht, hey, wir besorgen, gucken mal, ob es einen Guide gibt. Und wir haben dann eine ehemalige Parkrangerin, die heute als Guide arbeitet, Aileen, Aileen Wolf, wenn jemand mal in der Nähe ist, dann bestellt ihr Grüße. Aileen haben wir engagiert. Und Aileen ist mit uns, hat die Giant Tree Tour mit uns gemacht. Das heißt, wir sind mit ihrem Auto an eine Stelle gefahren, in den Wäldern, an einem Parkplatz. Und dann ist sie mit uns gegangen und sie hat uns durch diese tollen Bäume geführt. Und dann steht man da irgendwann in so einem Wald, wo die Bäume alle über 100 Meter hoch sind und wo manche Baumstämme fünf, sechs Meter Durchmesser haben und andere sind ganz klein. Und es sind keine Vögel zu hören, weil die Redwood-Rinde Insekten abhält und deshalb die Nahrungsgrundlage für Vögel fehlt. Und deshalb gibt es da viel Wälder, weniger Vögel in diesen Wäldern. Und man steht in dieser Stille vor Bäumen, die sind einfach 1000 oder 2000 Jahre alt. Entschuldigt bitte. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es mich immer noch so mitnimmt. Ich musste auf jeden Fall heulen da. Und ich habe mich so demütig gefühlt. Manchmal in meinem Leben dreht sich alles nur um mich. Ich glaube, das ist normal. Wir Menschen sind egozentrisch. Was esse ich als nächstes? Was, wenn mich die Person nicht mag? Was, wenn das nicht erfolgreich ist? Wie bezahle ich diese Rechnung? All diese menschlichen Sachen, die wir haben, die sich um uns und so und so und so uns drehen. Und es ist okay, wir müssen unsere Sachen lösen. Wir sind in unserem eigenen kleinen Ameisenhügel und flitzen herum. Aber dann stehst du neben all diesem, neben diesem Organismus von Wald, der so groß ist. Oh mein Gott, und so alt. Und du merkst plötzlich, du bist Teil von was Größerem. Und es geht gar nicht so sehr um deine Hülle, wie du aussiehst oder was du genau machst oder was du gelernt hast oder wie angesehen du bist oder wie fehlerfrei oder perfekt oder sogar noch nicht mal wie geliebt du bist. Sondern eigentlich geht es um dein Zentrum, um die Energie, diesen Funkenuniversum, der in dir ist und der in jedem Lebewesen ist, in jedem dieser Bäume, in jedem Grashalm, in jeder kleinen Spinne. Wie wenn alles ein Leucht, ein Leuchtflöckchen hätte in sich, was das gleiche ist. Ein unsichtbarer Strom aus Energie, der nicht meine ist und nicht deine und noch nicht mal dieses alten Baumes, sondern der Strom ist, der die Welten erschafft. Und ich weiß nicht, wie du es nennst, ob du es Gott nennst oder Universum oder einfach Energie. Ich habe mich auf jeden Fall in diesem Wald so verbunden gefühlt und mich geschämt. Mich wirklich geschämt für meine, für die Fähigkeit, die ich kultiviert habe, mich abzulenken und anzustrengen und den Funken in mir zu ignorieren. Und das, obwohl ich seit Jahren mit diesem Funken arbeite. Und das arbeitet in mir bis heute, wie man, glaube ich, hört. Ich werde nicht die ganze Folge heulen. Also ich hoffe, du bist nicht total verschreckt. Aber das hat mich sehr berührt. Und dann gab es noch eine weitere Stelle, die mich hat nachdenken lassen, wer ich bin. Und es war eigentlich davor. Ich muss noch mal kurz meine Nase putzen. Warte mal. Es war eigentlich ein Stück davor, dass wir in Menducino waren. Von San Francisco aus sind wir nach Menducino gefahren. Menducino ist ein super kleines, niedliches Häus, Örtchen mit ein paar Häusern. Hat irgendwie, ich glaube, zwei Straßen oder drei Straßen. Das ist so der Stadtkern. Also super mini. Und die ganze Region da ist ja erst so vor, glaube ich, circa 200 Jahren besiedelt worden von Nicht-Ureinwohnern. Also von den Feuerwassertrinkenden, wenn ich so Western zitieren will, Besatzern quasi. Und man sieht dann diese westernartigen Städte quasi. Aber Menducino einfach so schön und tolle Gärten und süße Restaurants und Kunst. Wunderschöne Kunst. Und kleine Läden wie so Läden mit Duftkerzen und selbstgemachten Lotionen aus ätherischen Öl. Ich dachte, oh, ich will so viel mehr machen mit den Sachen, die ich verstanden habe und kann. Und ich habe so eine Dankbarkeit da gehabt für Dinge, die mein Leben bereichern. Und erkannt, dass ich das Potenzial gar nicht ausschöpfe. Dass ich manchmal immer noch, bei manchen Dingen zumindest, für mein Gefühl her an der Oberfläche bin. Und das war irgendwie Wohltun. Es war nicht so was Kritisches, sondern ich bin da lang geschlendert, meine Familie und wir haben irgendwie rumgeguckt. Und ich habe gedacht, ich spüre total, was ich will und was ich brauche. Ich spüre, was mich glücklich macht. Ich weiß nicht, wer ich bin in meinen Gedanken. Ich kann es nicht fassen in Worte. Aber ich fühle, wer ich bin. Und ich fühle, wo ich ausblühe. Und ich glaube, das ist was, wo Du Dir drüber Gedanken machen kannst, wenn es um Schwung geht und um Enthusiasmus und Leidenschaft in Deinem Leben. Dass Du überlegst, was lässt Dich wachsen? Wo fühlst Du Dich zu Hause? Wo ist so ein Gefühl von Inspiration? Du würdest am liebsten sofort loslegen. Ich war irgendwann später in Florence, nicht meine Lieblingsstadt, muss ich sagen, obwohl wir da die schönste Wanderung gemacht haben, den sogenannten Hobbit Trail. So, so toll. Auf jeden Fall waren wir da in der Stadt und es gibt einen entzückenden Laden, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber sie haben so Kräuterzeugs und sehr gut kuratierte Tarotdecks und all diese schönen Sachen, die es gibt. Und halt auch ein paar Kristalle, selbst angerührte Lip-Balsame mit wertvollen Ölen drin und all diese Sachen. Und ich habe da sofort mich wie zu Hause gefühlt und gedacht, ja, ja, sowas. So, nicht, dass ich so einen Laden will, aber so zu wissen, wie ich ticke und wie, was ich brauche, ist da deutlich geworden. Und ich glaube, das wäre schön, wenn du eine Liste machst mit Momenten, die dich so richtig anpackt, gepackt haben oder Orten, die dich aufhören haben lassen zu denken, außer dass eine Lust entstanden ist, mehr an so Plätzen zu sein oder mehr mit so Dingen zu tun zu haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und generell habe ich ein bisschen gelesen in dem Urlaub. Jetzt kommen so langsam zum Thema Liebe. Und ich habe ein Buch gelesen, was ich echt empfehlen kann. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Das heißt Be Love Now von Ram Dass. Und Ram Dass kennt man ja, der LSD-Harvard-Professor, der dann nach Indien gegangen ist und ein sehr weiser, wunderbarer, mittlerweile die physische Form verlassen hat er, Lehrer ist. Und ich glaube, sein Film Walking Home Together war auf jeden Fall mal auf Netflix-Werbung ohne irgendwas. Also und ich lese aus seinem Buch Be Love Now. Es geht um Liebe in diesem Abschnitt, den ich lese. Bei einer meiner Übungen sage ich mir selbst, ich bin liebende Bewusstheit. Am Anfang konzentriere ich mir meine Aufmerksamkeit auf die Mitte meiner Brust und auf den Herzgeist. Manchmal nehme ich einige tiefe Atemzüge bis hinunter zu meinem Zwerchfell, um mich damit zu identifizieren. Ich atme lieber ein und atme lieber aus. Ich beobachte alle Gedanken, die das Zeug meines Verstandes erschaffen und liebe alles. Ich liebe alles, was ich denken kann. Ich liebe einfach nur, liebe einfach nur, liebe einfach nur. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, das ist das Gegenteil von Selbstkritik. Das ist unser wahres Selbst. Unser wahres Selbst ist hier in diesem Körper, glaube ich, hat diese Sinne bekommen, kann fühlen, riechen, sehen, schmecken, auf Reisen gehen, sich bewegen, kann hören. Vielleicht habe ich den Sinn vergessen, dann verzeih mir. All das können wir. Wir können Luft atmen, wir können Dinge herstellen mit unseren Händen. Wir können jemanden umarmen oder uns bewegen zum Tanz, wenn wir nicht irgendwie erkrankt sind oder uns eine Einschränkung davon abhält. Und das alles zu lieben, was wir erleben, ist die höchste Form eigentlich davon, dieses Leben wirklich anzunehmen. Und ich musste dann, als ich das gelesen habe, an all die Obdachlosen denken. Und ich dachte, wie kann ich das gut finden? Und dann ist mir aufgegangen, dass Lieben gar nicht gut finden bedeutet. Liebe bedeutet eigentlich einfach nur, das Herz nicht verschließen, oder? Das Herz offenhalten, es nehmen, wie es ist. So wie Vergebung niemals bedeutet, dass unsere Vergangenheit okay war oder wir sie vergessen werden, sondern dass wir sie nehmen, wie sie ist. Dass es so war und wir den Wunsch aufgeben, dass es anders hätte sein müssen. Und ich denke bei Liebe und wenn ich aber Obdachlosigkeit oder all die armen Tiere überall auf der Welt oder in den Schlachthäusern und all das Unrecht, was passiert, überall auf so viele Weisen in so vielen Ländern, dass man schreien möchte, wenn man die Bilder sieht aus all den Gebieten, all dieses Leid sich anhört, was sich einbrennt in unser mit Spiegel Neuronen ausgestattetes Hirn, was sich sofort vorstellt, wie wäre das, wenn mir das passiert. Zum Glück können wir mitfühlen. Aber zu sehen, dass das jetzt gerade die Welt ist, die es gibt. Und meine Aufgabe ist, sie zu lieben und die Liebe wie so ein Leuchtturm rauszubringen. Und Ram Dass schreibt etwas weiter. In diesem Herzgeist bin ich nicht Ram Dass und nicht Richard Alpert. Beides sind nur Rollen. Ich betrachte beide Rollen aus der Perspektive des tiefen inneren Ich. Im Herzgeist identifiziere ich mich mit meinen Rollen. Das sind Kostüme oder Uniform, die im Schrank hängen. Ich bin ein Leser, ich bin ein Vater, ich bin ein Bewusstsein. Ich bin eine liebende Bewusstheit. Das heißt, alles, was ich ansehe, was die Bewusstheit berührt, wird von mir geliebt. Dieses liebende Bewusstheit, diese liebende Bewusstheit ist das grundlegendste Ich. Und ich dachte, das ist nicht so leicht. Mein Ego ist manchmal so laut und es fällt mir schwer. Und dann habe ich überlegt in dem Urlaub, wie kann denn mehr Leichtigkeit reinkommen, diese Aufgabe, alles zu lieben? Weil wenn ich liebendes Bewusstsein bin, dann umarme ich ja alles. Und das ist irgendwie das andere, als sich das schönste Leben meint, oder? Aber gleichzeitig ist es das nicht, weil wir dürfen ja in die Richtung gehen, die für uns leichter ist. Und wir dürfen uns folgen. Wir dürfen unserer inneren Stimme lernen zu folgen. Und in meinem Programm Bliss, Achtung Werbung, weil ich jetzt über das Programm spreche, aber in meinem Programm Bliss, wo es darum geht zu lernen, auf die innere Stimme. Und Rahm das beschreibt ganz gut, dass wenn er ganz still wird und seine Konzentration auf den Herz-Bauchraum legt, dass dann irgendwann Antworten kommen. Und wenn ich meine innere Stimme höre und zulasse, dass sie mich führt, dann führt sie mich. Dann führt sie mich nach Amerika, in so eine Reise, die so erkenntnisreich ist. Dann führt sie mich zu anderen Sachen, die ich noch nicht teilen will. Aber dann führt sie mich und sie führt mich zu der leichtesten, einfachsten Möglichkeit, mit meiner Seele in Einklang zu sein. Und das führt sich immer freudig und liebevoll an. Also je mehr wir lernen, auf die innere Stimme zu hören, umso mehr sind wir in Einklang mit unserer Seele. Und umso mehr Freude und Leichtigkeit fühlen wir, weil das und Liebe, weil das ist unsere Seele in ihrem Kern. Liebe, Freude, Leichtigkeit, eine Geschenk hier am Leben zu sein. Das ist die Ebene der Seele. Während unser Ego und dieses Menschsein Erfolg haben will und eine Erkennung und keine Angst haben und keine Schmerzen und nichts Hässliches und so weiter und so fort. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wie kann denn irgendwie das Leben noch saftiger und leichter werden. Und ich habe gedacht, ich habe auf jeden Fall Lust, noch mehr Sinnlichkeit einzuladen. Und ich meine es nicht nur sexuell, was natürlich auch eine schöne Sache ist, sondern ich meine mich zu bewegen und zu tanzen und wirklich schöne Sachen zu tragen und dafür zu sorgen, dass alles um mich herum schön ist und mich auch zu ehren als Frau. Ich weiß, vielleicht hört sich das für jemanden gerade albern an, weil ich weiß, dass manche da schon viel weiter sind auf ihrem Weg, so dieses frauliche und weibliche und Empfangende zu kultivieren. Aber ich lerne das erst seit zwei, drei Jahren wirklich deutlich in den Vordergrund zu stellen und die Kontrolle auch ein Stück abzugeben und mein Festhalten und mich zu ehren, also mich ernst zu nehmen in meinen Bedürfnissen und alle meine Dinge, die ich tue, ernst zu nehmen. Ich habe die Tendenz beispielsweise an meinen Tagen, dass ich da, wo ich gearbeitet habe, also für doTERRA oder Kurse oder im Coaching oder so, dass ich das so als produktive Zeit nehme, aber die anderen Sachen nicht. Aber es ist ja alles produktiv, wenn ich Yoga mache und wenn ich meine Atemmeditation am Morgen mache, wenn ich die Bowls spiele, wenn ich Essen koche für mich und meine Familie, wenn ich einkaufen gehe. Heute habe ich mein Rad abgeholt und war beim Klavierunterricht. Das ist ja alles produktiv. Warum nur messen, was irgendwie in eine Idee von Beruf gehört? Warum ist mein Blick auf Produktivität geeicht statt auf Leben? Und das meine ich mit Ehren und eine Dankbarkeit noch mehr zu entwickeln für die, das wunderbare Leben, was ich habe, das wunderbare, die wunderbaren Chancen, die ich fühle, aber auch die Freiheiten, die man hat, den Frieden, den ich oft fühle. Und ich habe mir vorgenommen, mehr Selbstliebepraxen zu machen, also mir wirklich Bewusstsein zu nehmen für manche Sachen, noch mehr als bisher, falls jemand gerade die Augen rollt. Ich habe mir vorgenommen, meinen Körper wie ein Gefäß zu sehen, was ich füllen will mit den deliziösesten und gesündesten Sachen. Ich will überhaupt, dass meine ganze Welt sich wunderbar anfühlt, dass ich da, wo ich hingucke, Dinge sehe, die ich liebe und die mich erinnern, dass ich weiche Sachen trage und all diese Dinge, mit denen wir versuchen können, uns gut zu fühlen. Und falls du jetzt denkst, es ist ja ein Widerspruch zu dem, was du am Anfang gesagt hast über diese Demut und Armut, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen das Leben echt so ganz auskosten. Und das heißt nicht, dass ich nicht parallel überlegen will, was ich Gutes tue und Geld spende. Ich sowieso schon und will ich mehr noch machen und all diese Dinge. Und ich hoffe halt auch, dass meine Arbeit tatsächlich hilft. Und gleichzeitig glaube ich, alles, was wir mit Liebe tun, sendet Liebe in die Welt. Und alles, wo wir Liebe empfinden, sendet Liebe in die Welt. Und es ist ein Unterschied, ob ich meine Wohnung schön mache, weil ich es liebe und genieße und darin weich werden kann und freudig, oder ob ich meine Wohnung schön mache, um damit anzugeben und anderen zu zeigen, dass ich besser wohne als sie. Das ist ein Unterschied. Auch wenn wir essen, essen wir für die gute Figur oder für unser inneres Strahlen. Also du kannst mal gucken, was von deinen Zielen gesund ist und was du ersetzen darfst, ganz liebevoll und ohne. Dass es dir dazwischen kommt. In deine Ziele, meine ich. So, jetzt blätter ich gerade so ein bisschen. Das hört ihr vielleicht. Ich habe auch immer so kleine Bilder gemalt in mein Buch. Und ich habe eine Sache aufgeschrieben, die mir auch zum Thema Leichtigkeit eingefallen ist. Nämlich die wahren Kriterien von Erfolg. Und dass es darum geht, nicht wie meine Zahlen sind. Es ist gut, wenn ich meine Rechnung bezahlen kann und mir was Schönes leisten kann. Aber mir geht es gut. Ich brauche nicht unbedingt mehr. Aber ein wirkliches Kriterium ist, wie vital fühle ich mich? Wie freudig? Wie sehr wachse ich? Wie lebendig? Redet mein Körper mit mir? Kann ich ihm zuhören? Kann ich ihn mehr in die Harmonie führen? Oder versus zu diesen zwei Punkten meine alten Kriterien zu gucken, dass ich mich anstrenge? Dass ich besser werde? Dass ich mich optimiere? Oder dass ich denke, ich habe gesundheitliche Probleme versus zu sehen, mein Körper spricht mit mir? Und dazu machen wir vielleicht mal eine eigene Folge, wenn ich die Fragen von euch abgearbeitet habe. Und auch den Fluss nicht mehr zu bewerten, zu sehen, dass ich die Dinge nehme, wie sie sind und gar nicht gucken kann, müssen wir jetzt nächstes Jahr einen noch tolleren Urlaub machen? Nein, kann sein, dass wir wieder nach Fuerteventura ins Lieblingshotel fahren. Ich weiß es nicht. Vielleicht bleiben wir auch einfach hier. Das ist noch gar nicht geplant. Also wir müssen uns nicht ständig übertrumpfen und damit diese sinnlose Suche nach mehr, die die Wirtschaft und Politik teilweise anzettelt, mitmachen. Wir brauchen sie nicht in unser Privatleben überführen. Eigentlich sind Erfolgskriterien, etwas zu tun, was hilft und spazieren zu gehen, etwas zu tun, was Freude macht, etwas zu teilen und auch, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr welchen, zu sehen, dass wenn eine Idee kommt in uns, dass es unsere Aufgabe ist, ihr zu folgen und das Bild zu malen oder das Buch zu schreiben oder das Foto zu machen oder was zu basteln oder was auch immer die Idee ist. Und gleichzeitig bringt keine Idee was, wenn wir nicht rausgehen. Wir müssen unser Licht auch der Welt zeigen. Wir dürfen es nicht. Das ist egoistisch, wenn wir es im kleinen Kämmerchen lassen. Wir müssen raus damit. Wir müssen den Leuten das zeigen. Und nicht jedermann hat Bock auf Social Media und das meine ich auch nicht, aber die Türen zu öffnen für Nachbarn und unsere Dinge, wenn wir einen tollen Salat machen, den zu teilen mit jemandem und all diese Dinge sind banal und gleichzeitig wichtig, weil wir teilen Liebe so. Liebe hat so viele Formen und das, was wir lieben zu tun, bringt Liebe in die Welt. Also Erfolgskriterien waren was, was mir wichtig war. Und ich habe festgestellt, dass ich wirklich daran arbeiten will, zu gucken, wie geht es mir gerade. Was macht mein Körper? Wo fühle ich Enge? Wie kann ich das loslassen, diese Enge? Wie kann ich meine Ziele verfolgen, ohne verbissen zu sein? Wie kann ich Freude, 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 Freude und Liebe, 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 in mein Leben holen? Und das geht immer damit, indem wir alte Muster loslassen und alte Angewohnheiten und all diese Sachen. Und es ist wichtig, dass wir das machen, weil wir sonst Gefahr laufen, uns festzufahren im eigenen Leben, wie so ein immer automatischer zu werden. Also zum Thema Leichtigkeit und Liebe. Wie kannst du mit mehr Liebe auf dein Leben und auf dich gucken? Was müsste dir jemand sagen, damit das geht? Welche Erlaubnis brauchst du und von wem? Und dann zum Thema Leichtigkeit. Wozu hast du Lust? Jetzt gerade, wozu hast du Lust? Und was spricht dagegen, das zu machen? Und dann überprüfe, ob das das wirklich wert ist. Mach noch eine Schleife mehr, frag dich wirklich. Etwas in mir ruft mich dahin. Und manchmal mag es sein, ja, dass es wichtig ist, weil der Ruf gar nicht vom Herzen kommt, sondern aus der Angewohnheit oder aus dem Betäubenwollen. Aber ganz oft ist es so, gerade wenn wir ruhiger werden und lernen, unsere inneren Stimmen auseinanderzuhalten, dass wir spüren, wie wir, wie etwas in uns, ja, sich nach was sehend, hätte ich fast gesagt. Ich habe das gemerkt, als wir in der Kunstgalerie waren auf Orcas Island. Da habe ich erst ein sehr erstaunliches, riesengroßes Bild gesehen von Wassertropfen in Öl gemalt, was aussah wie ein Foto. Also wie kann man bitte so malen, dass man wirklich rangehen muss? Ich musste rangehen und so von der Seite gucken, um zu erkennen, dass es wirklich ein Originalbild ist. Und dann bin ich aber weitergegangen und es hing irgendwo, von Steve Hill hieß der Künstler, eine Ölkreide, Pastellkreide, Zeichnung von so einer Hütte auf Orcas Island und Licht und Zauber. Und, oh Gott, es war so schön. Es war so ein schönes Bild. Und ich habe da gestanden und ich war einfach so demütig auf dieser Kunst, dass Leute so Augenblicke festhalten können, etwas festhalten zu können, was andere so rührt. Ja, es hat nicht so richtig. Ich will auf jeden Fall mehr Kunst machen. Also guck, was du tun willst. Was macht dir wirklich Freude? Was bringt dich in Aufregung? Und schreib auf, was dagegen spricht. Schreib auf, was dich abhält. Und dann guck dir an, wovor hast du wirklich Angst? Was sind die Dinge, vor denen du wirklich Angst hast? Häufig versteckt sich das. Ja, ich traue mich nicht rauszugehen, wenn ich mit Leuten spreche über das Business bei doTERRA. Ich traue mich nicht, der Leute darauf anzusprechen. Was ist das? Die Angst vor Ablehnung. Es geht nicht darum, dass wir vor Leuten sprechen, sondern wie ist ihre Reaktion, wenn wir das machen. Und so hat alles, jedes Problem, was du hast, jede Hemmung, die du hast, verbirgt eine andere Sache hinter sich. Und du kannst dich nach und nach vorarbeiten und immer mehr der Freude dich entgegenbuddeln. Nicht der Selbstoptimierung. Das ist ein anderer Weg, der Freude. Und ich glaube, das vielleicht seit zum Ende gesagt. Was mir klar geworden ist, ist, dass ich meine Trommel schlagen muss. Ich schlage meine eigene Trommel in diesem Leben und ich muss zu meiner Musik tanzen. Ich bin die Einzige, die dazu tanzen muss. Und die anderen tanzen mit mir, wenn sie Lust haben. Aber ich kann sie weder zwingen, noch mich so weit verstellen, um in ihren Rhythmus ihrer Trommel zu gehen. Und natürlich mache ich Kompromisse in meiner Ehe und gerne, aber aus der Liebe raus. Und nicht aus der Angst heraus, dass dann jemand weg ist oder es richtig kracht. Und das ist auch ein Unterschied. Und ich glaube, wir alle können aufhören, uns zu verstecken hinter der Idee von der, die wir dachten, die wir sind. Wir erzählen uns alle eine Geschichte über uns selber, über die Welt. Und die Geschichte kreiert die Welt, in der wir leben. Sie ist wie eine Brille. Und wir können aber langsamer werden. Wir können alles zu einer Kunst machen, zu einem Ausdruck, was wir tragen, wie wir uns kleiden, wie wir uns bewegen, wie wir uns geben, was wir tun. Und wir können uns auch fragen, das ist vielleicht eine gute Frage auch für dich, wer bist du, wenn du irgendwas tust? Wenn du, weiß ich nicht, malst, wer bist du dann? Bist du Malerin oder wie würdest du das nennen? Und häufig ist es, dass wie wir die Dinge machen, was den Unterschied macht. Nicht das, was wir machen, das wie wir es machen. Weil das nur wir können. Nur wir können es auf unsere Art tun. Und ich glaube, je mehr wir nach innen gehen und uns leiten lassen, umso besser wird das. Und vielleicht hast du ein bisschen Lust bekommen, in die Richtung zu denken und nachzudenken. Eine wunderbare Perspektive für mehr Leichtigkeit ist die Perspektive deiner Seele oder deines wahren Selbst. Das bedeutet, zu sehen, dass das, was dir gerade passiert, eher wie ein Beobachter zu sehen ist. Ah, interessant. Jetzt passiert sie dir das. Oh, und jetzt macht sie das. Oh, interessant. Oh, das ist ihre Reaktion. Jetzt fühlt sie das. Und das geht nicht immer leicht. Und das vergesse ich über den Tag auch immer wieder. Aber man kann sich daran erinnern mit so einem Handywecker oder einem Post-it am Rechner oder beides. Und es tut so gut, weil es uns rausholt aus der Egozentrierung. Es macht uns offener für die Dinge um uns und in uns. Und wenn wir neue Angebote und Wohnheiten führen, weil wir die Alten von uns leid sind, verändert sich die Welt. Und darum sind wir hier, oder? Um unser Licht in die Welt zu bringen. Und ich sage danke, dass du deins in die Welt bringst. Und dass du, ich weiß, du gibst dein Bestes, oder? Wir alle tun das. Und ich weiß, du strengst dich an. Und ich hoffe, du machst genug Pausen und du weißt, dass du wichtig und wertvoll bist. Und falls du Lust hast, mit mir tiefer zu gehen und wirklich sehr intensiv zu arbeiten, dann halt die Ohren offen. Ende September beginnt die nächste Runde Soul Coach. Ich weiß nicht, ob es danach noch eine geben wird. Keine Ahnung. Ich werde das nächsten Frühling entscheiden. Es sind schon ganz schön Plätze weg, aber es sind immer noch welche da. Wir haben 20 Plätze insgesamt. Und das Programm ist in den Show Notes. Lies es dir in Ruhe durch. Werbung, weil ich hier gerade über mein Programm spreche. Und gleichzeitig, wenn es dich ruft, wirst du es fühlen. Und wenn du noch Fragen hast, ich werde einen kleinen Gratis-Workshop geben, bevor das Programm startet. Weil ich weiß, ein paar von euch haben mir geschrieben mit Fragen. Und ich will euch die Möglichkeit geben, die zu stellen. Der Termin steht noch nicht fest, sonst würde ich ihn jetzt schon sagen. Aber wenn er kommt, dann sage ich dir Bescheid. Und wenn du weißt, hey, ich will da dabei sein, wenn sie gerade spricht. Ich teile alle meine Techniken in diesem Kurs. Ich erzähle dir, wie ich da drauf gucke. Wir reden über Chakren, über Karma, über all diese Dinge. Und du wirst viele Morgene mit mir verbringen. Und einen ganzen Tag in Duisburg. Und du wirst selber sehr viel gecoacht werden, was es zu einer wunderbaren Reise in deiner eigenen Mitte macht. Und du wirst coachen. Du wirst anderen zurückgeben können, was es so wertvoll macht. Und jetzt sage ich danke. Und ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Wenn du jemanden kennst, den dieser Podcast gut tut, dann teile ihn. Und wenn du irgendwas hierzu zu sagen hast, schick mir eine Nachricht und lass einen Kommentar hier. Das freut mich immer sehr. Das wird dann beim Google Ranking immer, bringt das was Positives, meine ich. Und ja, danke, dass du hier bist. Alles Liebe für dich. Gut. Bis zum nächsten Mal.